Der Zahltag für gute Arbeiter ist auch unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Boah, jetzt halt die Schnauze, Alter. Du nervst mich gar nicht mit deinem Verlaber. Ein guter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Und gleich arbeitest du gar nicht mehr, weil ich dir eine Bombe in den Hach stecke. Boah. Kann ich mir eine ausstellen, bitte? Geht doch. Hilfe. Da ist ein Lava-Pot, da sollte ich vielleicht nicht reinspringen. Da muss ich mich wieder durchkämpfen, wie es scheint. Hallo. Ah, schon wieder so ein T-Ding. Moment. Moment. Jetzt können wir eben all die Kleinen davon weg. Das war knapp. Oh, genau rein teleportiert. Moment. Boah, ich seh überhaupt nix, ey. Ey, 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 ey. Das wird schon wieder hart. Von hinten kann ich die natürlich nicht anschlagen. Okay. Oh, ich seh überhaupt nix, ey. Ich seh überhaupt nix, ey. Ich seh überhaupt nix, ey. Ich seh überhaupt nix. Oh, ich seh überhaupt nix. Ich seh überhaupt nix, ey. Ich seh überhaupt nix, ey. Und da haben wir eine Erinnerung. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Schön. Das freut mich ja. Da drüben ist noch eine Flasche. Die will ich natürlich auch haben in meinem Sammlerdrang. Ich habe Angst. Mami. Na, kommt schon Lava? Ja, komm, kleine Lava. Okay, cool. Mann, ich bin ja heute schon ganz schön ein Stück vorangekommen. Und ich bin natürlich längst noch nicht fertig. Boah, wie krass die aussehen. Hoffentlich muss ich gegen die nicht kämpfen. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Lust zu. Aber egal, wir werden sehen. Ich habe schon lange keine Schweineschnauze mehr gehört. Ist das richtig? Äh, aha. Da sind Schalter und so. Ja, okay. Da unten ist ein Pilz und so. Oder rein, Schlüsselloch. Okay. Moment. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. War das jetzt hier voreilig? Könnte was sein, oder? Haben wir da oben was vergessen? Bin mir nicht sicher. Naja. Muss dann so sein halt, ne? Äh. Okay. Äh, Hebel. Ich will immer Ehe drücken. Blöde Angewohnheit, sowas mit Ehe zu tun. Ah ja, da fahren wir wieder Plattform aus. Die sich natürlich bewegen. Was auch sonst. Ach du Scheiße. Oh, meine Fresse. Mama, ich will nicht in die Lava fallen. Aber es sieht scheiße geil aus, muss ich euch sagen. Oh Mann, und da soll ich jetzt rüber? Ja, das sah ganz gut aus. Und Ello steht da ganz entspannt und denkt sich so, ach ja, wo spreng ich denn heute mal drüber? Oh, die war ich doch schon, oder? So, die mach ich mal in das Ferne platt. Äh. Ich dachte eben, ja komm, wir haben das so coole geschafft, da springen wir nochmal ganz schnell drüber. Aber, ne. Nix ist. Und da gab es noch eine Plattform und jetzt kann ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich da unten jetzt was übersehen habe. Nein. Habe ich nicht, dann ist ja alles gut. Näm mich mit, bitte. Diese Jump'n'Run Passage sind gefährlich. Ich habe da immer ein bisschen mehr Angst bei, als bei irgendwelchen dicken Kämpfen. Aua, warum habe ich das? Ah, okay, deswegen. Dann gucken wir, was das Kätzchen zu sagen hat. Wo gibt es denn da? Und mehr, bitte? Das war alles? Sag mal was. Ja, das klang wenigstens cooler. Bombs, Tür zu. Da kommen jetzt mal wieder tausend Gegner. Ja, wobei es sind gar nicht tausend. Im Gegensatz zu Essence und Squid sind es nur drei. Oh, weg. Oh nein. Moment, an die hier. Au. Der ist jetzt hin. Na, trifft doch mal. Dann extra hier stehen. Hey. So, ich muss schon mal gucken, wie ich da rüberkomme. Oi, oi, oi. Mit dem Nacken hat das gar nicht so leid. Kann ich den irgendwie auch so kaputt machen? Dann kann ich den so nur betäuben. Ich glaube, so kann ich den nur betäuben. Na gut, dann müssen wir das auch mal sein lassen. Und dann hier einmal eben schnell rüber springen. Hier wird das ja wohl nicht erwischen. So, hier können wir einmal C drücken. Und da drüben müssen wir also ran. Wer hätte das erwartet? So. So, und jetzt schnell. Schnell. Boah. Eieieiei. So, jetzt müssen wir noch in den Teekessel achten, dass der uns da drüben nicht wegmarscht. Au. 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 Oh, die soll mal eine Scheiße. Moment hier. Ah, Mist, der schießt nicht. Ich muss mich davor. Uiuiui, was nackt. Da drüben gibt's noch ein paar Kisten. Okay, alles klar. Dann, äh, drehen wir mal hier das Ventil auf. Und schauen mal, was jetzt geschieht. Gott, ich bin gerade so ein bisschen auf Hochtouren. Ähm. Was? Ah, da ist der Kühlakku sozusagen. Und jetzt kühlt hier alles ab. Geil. Wie cool das alleine auch schon aussieht irgendwie. Ah, da oben ist wieder so ein Schraubengest. Bäm, bäm, bäm. Moment. Das Zielfeld ist immer ein bisschen schwer, weil die Maus nicht so langsames. Kühl ab, kühl ab, kühl ab. So, und jetzt, ähm, einmal mit T ran und dann das da. Schön. Sehr, sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt könnten sich hier einige Geheimwege offenbart haben. Und so scheint es auch zu sein. Nehm, nicht hier zum Beispiel. Huck. Oh, sieht so süß. Was war da so? Zeh, ne. Zeh, ne, ne, Blume. Was ist das wohl zu bedeuten hat? Man weiß es nicht. Okay. Was haben wir denn noch? Aha. Gut, also gar nichts mehr eigentlich. Oh, da kann man hier noch rein. Äh, ne. Na gut. Oh, da baut sich wieder so ein Gießen-Ding auf. Komm, beschmeiß mich. Dann mach ich dir schon mal eine Stutzig-Gestilte kaputt. Komm schon. Pfaff. Machst du das nochmal? Ja? Das ist aber süß. Ja, komm, dann machen wir jetzt mal ernst. Und ich sag mal, so. Jetzt einmal legende. Und au. Einmal ganz geschmeidig ausweichen. Und von hinten kann man mich angreifen. Angreifen. Auch. Auch. Ah, alles schön abgeblockt. Auch. Auch. Nur den letzten. Immer dann, wenn ich mich freue, dass was gut geklappt hat, dann klappt es auf einmal nicht mehr. So. Aber okay, das haben wir. Ich finde das Regenschirm echt cool. Ähm. Mir war jetzt irgendwo noch eine Erinnerung zu sehen. Ach, da drüben. Äh. Okay. Da haben wir nichts mehr. Gucken wir mal. Wie kommen wir da denn hin? Mit Köpfchen, oder was? Oder mit Hirn? Huch. Äh. Ah ja. Da. Oder? Huch. Ja, das wird aber nicht reichen. Ähm. Wo hat sich denn hier jetzt gerade noch was entwickelt? Äh. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Mal gucken. Da kamen wir ja nicht durch. Ähm. Ah, da drüber, da oben rauf und da lang? Ich würde schon fast sagen, ja, oder? Aber wie kommen wir denn da oben rauf? Da. Probieren wir das Ganze mal. Ne, das klappt so nicht. Das will ich jetzt gerne schaffen. Moment. Aber erstmal holen wir uns hier noch die Teile. Komm. Ah. Du warst das ja, die Zeit der so gewohnt hat. Ah. Komm her. Wie geil sich auf die Kurbel zurückschnellen lässt da. Ich finde, das hat schon Witz. Ah, da ist noch ein Teekesselchen. Hallo, Teekesselchen. Spuren. Au. Au. Achso, der liegt ja schon. Gut. Wie kommen wir denn da rauf? Das würde mich mal brennend interessieren. Und hier kommen mir irgendwie ein bisschen zu viele Gegner. Komm. Hm. Tja, also bisher habe ich noch keine Idee. Aber vielleicht kommt sie irgendwann. Gucken. Also hier war es ja eigentlich nicht, oder? Man muss irgendwie auf die anderen Teile kommen. Doch wie? Und hier kann ich bestimmt nicht durchspringen. Ah. Das da hilft mir nicht so viel. Die Ketenzen hat von einem Überfluss. Aha. Heute endet die Verrückte. Aha. Okay. Ach, wie komme ich denn da wohl hin? So irgendwie über die Rohre oder so. Das wäre auch noch eine Idee. Aber da komme ich überall nicht hoch. Da komme ich auch nicht wirklich hoch. Ich will die aber eigentlich auch nicht da liegen lassen. Ja. Schick. Das auf jeden Fall. Das hier wird nicht reichen, vermute ich. Uh. Äh. Moment. Nee. Überhaupt nicht. Äh. 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 Nee. So wird das auch nix. Hm. Ich habe keine Idee, Freunde. Aber ich will es da eigentlich auch nicht liegen lassen. Geht das mit dem Hin- und Her-Porten dann da? Vielleicht, dass man sagt, so, hier an die höchste Stelle und dann nur rüber. Naja. Äh. Äh. Und da hoch komme ich ja auch überall nicht. Das sieht ja alles so ganz nett aus und so, dass man da vielleicht auch hinkommt. Aber, huch, keine Chance. Das springt halt nur raus hier und nicht hoch. Naja, da wir uns ja jetzt auch nicht ewig damit aufhalten wollen, würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Alter ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber ich habe einfach keine Idee, wie ich da hinkomme. Naja, was soll's. Ist halt nur eine Erinnerung. Macht ja auch nix. Ach ja. So, dann mal weiter. Vielleicht kommen wir da ja später nochmal vorbei. Das bezweifle ich zwar, aber naja, man weiß es ja nicht. Ah ja. Kätzchen? Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Was? Mach das doch selber. Oh Mann. Ich finde das Geräusch cool. Das, äh, signalisiert so schön, dass das aktiviert worden ist. Okay, ähm, erstmal kurz eben hier einen Blick drauf werfen. Ja, dass man da raufschießen soll, ist klar. Mein Gott. Also, was gibst du Tipps, ne? Mit so den einfachen Kram. So. Nein. Immer mal wieder umgucken. Ja, ja, da lang soll ich. Ähm, einfach mal so zum Spaß. Nein. So. Dann hier mal eben lang. Ah, Quatsch. Kann ich eigentlich direkt daneben stehen? Ja, kann ich. Macht mir eigentlich nicht so viel Schaden. Beziehungsweise gar keinen. Und dem ist ja gut, da ist ein Schlüsseldach. Da oben geht es weiter, da muss ich nachher drausschießen. Also gehen wir erstmal hier durch. Musst immer so ein bisschen abchecken, ob das der richtige Weg ist. Nicht, dass man wieder zu weit läuft. Und, äh, dann nachher quasi den richtig falschen Weg genommen hat. Ui, 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 ich komme mit der... Moment. Bringt das was? Nein, ist mir egal. Sieht aber cool aus. Auf jeden Fall. Ich mag diese Teekessel. Und jetzt, äh, muss ich da drausschießen, wurde gesagt. Huch, da sacken die Frames in den Keller. Was ist denn jetzt los? Hm. Naja. Hat sich wieder gefangen. Von dem her alles kein Problem. Äh, nochmal kurz klein machen. Alles gut. Nochmal kurz klein machen. Hm, mhm, alles gut. Oh Gott, das wird eng. Alles klar. Hier gibt es noch ein bisschen was zu suchen. Epischen Loot. Epischen Loot. Hui. Da einmal durch. Und, äh, wo ist jetzt der nächste... Ah, da. Das habe ich gesucht. Twp, 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 dp, dram, dum. Äh, das ist gut. Hopp. Und jetzt hier auf diese wunderschöne Plattform. Oh Gott. Beim Hubspringen bin ich mir bei diesem Spiel echt nicht sicher, ob das so klappt. Sie ist ja, nämlich, nicht. Ach ja, wie blöd. Vielen Dank.